So, hallo und hiermit herzlich willkommen zu einem, ja, neuen Video auf diesem Channel. Hallo Leute, ja, ich melde mich mal wieder zurück, ich war jetzt lange Zeit erkrankt, ja, man merkt es vielleicht noch ein kleines bisschen, deswegen wollte ich euch einfach meine Stimme nicht antun, das Rumgeschniefer und das Ganze. Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt mal zwei Wochen pausiert, jetzt aber gleich mit einem Video wieder zurück, und zwar zeige ich euch heute einfach mal meine Lieblingsgames, die ich so auf der PS3 spiele, denn ich spiele ja nicht nur auf dem PC, sondern auch gelegentlich mal auf der PS3. Und, ähm, ja, da sind schon ein paar schöne Spiele zusammengekommen, ich stelle euch heute einfach mal vor. Ähm, ja, ich fange einfach schnell mal an hier. So, fangen wir an mit dem ersten Spiel, Infamous 2. Ähm, ich muss sagen, ich habe den ersten Teil nie gespielt, den dritten Teil, Second Son, und die DLCs auch nicht. Ich habe mir damals nur diesen Teil gekauft, weil er mir eben sehr, sehr gefallen hat. Man sieht es hier, da ist noch ein bisschen Werbung drauf hier, und überhaupt noch, ähm, ist gebraucht gekauft gewesen, bei einem gewissen Geschäft, das gebrauchte Spiele verkauft, ich werde jetzt keine Namen nennen. Fand ich sehr cool das Spiel gemacht, von der Story her, muss ich sagen, ich bin ja nicht so der, dieser, dieser Typ, der so Spiele spielt, wo man so übermenschliche Kräfte hatten überhaupt, aber hier fand ich das cool gemacht. Es war nicht abgehoben gemacht, es war im Prinzip die Story von einem Helden, wie man sich da in der Rolle des Helden fühlen würde, wenn man gut ist und wenn man böse ist. Ich habe auch beide Wege mehrere Male durchgespielt, weil ich so hobbylos bin. Ja, fand ich sehr cool gemacht, motivierendes System überhaupt. Würde ich auch vielleicht irgendwann mal gerne, vielleicht Let's Playen auf dem Gaming Channel mal schauen. Das fand ich nämlich sehr interessant, das Spiel. Hat zwölf Spielstunden, also auch ausreichend. Man sieht hier damals, hat er es 50 Euro gekostet, war eben runtergesetzt. So, gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Spiel. Driver San Francisco, muss ich sagen, habe ich auch die anderen Teile rumliegen, vor allem Driver 2. Driver 2 habe ich für die Playstation 2 noch rumliegen. Habe ich tatsächlich damals, ach du meine Güte, ich habe das Spiel, glaube ich, gesuchtet. Ich habe Stunden damit verbracht, weil ich das so faszinierend fand. Jetzt hier San Francisco, die PS3-Fassung, das ist aktuell, glaube ich, neueste Spielereihe. Fand ich, muss ich sagen, eines der besten Autospiele, sag ich mal, die ich je gespielt habe. Es ist richtig geil, dieses Vogelperspektiven-System und die Story ist ja auch nicht schlecht. Wir können ja mal kurz aufmachen. Ach, hier haben wir noch ein Passwort und hier überhaupt noch Sachen. Und solche ganzen Faxen. Ja, Ubisoft fand ich sehr, sehr gut. Da habe ich auch mehrere Male schon durchgespielt. Sehr motivierend, kann ich nur empfehlen. Würde ich jetzt nicht unbedingt Let's Playen, weil man eben sehr viel Open-World-Scheiße baut. Aber das ist da trotzdem ein ganz cooles Spiel, auch vom Handling her. Die beste Ego-Perspektive fand ich sehr, sehr geil. Jetzt habe ich hier leider nur den zweiten Teil am Start, Star Wars The Force Unleashed 2. Hier sieht man es wieder, gebraucht, 25 Euro. Ich muss sagen, den ersten Teil habe ich gespielt, den habe ich aber wieder verkauft, leider. War, finde ich, das Bessere der beiden Spieler. Also wirklich, der erste Teil, der war deutlich besser und vor allem länger. Also dieses Spiel war ja, glaube ich, für vier Spielstunden oder drei. Das war ja sehr, sehr schwach. Dafür halt hier, ja, es war halt mit den zwei Lichtschwertern was Neues und so. Also ich fand auch das System, die ganze Spielidee war ganz cool. Ich vermisse so ein bisschen so ein richtiges Star Wars Spiel wieder mal, das auch sich richtig spielen lässt. Nicht dieses Lego-Zeug, da war ich noch nie so richtig Fan von. Das ist halt alles so ein bisschen Lego halt, ne? Und hier ist das halt richtige Action gewesen. War ganz cool. Auch der zweite Teil war ganz cool. Ich habe ihn nie zu Ende gespielt, aber der erste Teil auf jeden Fall richtig geil. Deswegen auch für mich einer der besten Spiele, die ich hier zur Hand habe. So, dann machen wir hier mal, würde ich sagen, weiter mit dem FIFA. Da muss ich hier mal kurz ein bisschen rumwühlen, weil wir hier gerade mal zwei Spiele am Start haben. FIFA 14 einmal. Das 15e habe ich mir jetzt gar nicht geholt, weil ich sage einfach, naja gut, so große Veränderungen waren ja da auch nicht. Und hier einmal Weltmeisterschaft Brasilien 2014, wo wir ja Weltmeister geworden sind. Sehr schön. Seit FIFA 8, glaube ich, haben wir alle Teile hier rumfliegen, was sehr, sehr schön ist. Ja, auch für die PS3, teilweise noch für die PS2. Muss ich sagen, ist die beste Fußball-Sport-Simulation. PS habe ich nie, also Pro Evolution Soccer habe ich nie wirklich gespielt und fand ich auch nicht so toll. Also muss ich sagen, hier FIFA ist schon deutlich besser. Macht deutlich mehr Spaß. In letzter Zeit auch wieder ein bisschen öfter gespielt von mir. Ja, ganz spaßiges Ding. So, auch für mich ein sehr gutes Spiel. Bevor wir jetzt zu den Plätzen, sage ich mal, 2 und 1 kommen, hier noch zum dritten Platz. Auch ein Sportspiel. London 2012. Habe ich mir erst dieses Jahr geholt, erst 2015 rangeholt. Hatte vorher noch Peking 2008, muss ich aber sagen. Ich hoffe mal, dass Brasilien 2016 bei Olympia ein neues Spiel kommt oder vielleicht zur Weltmeisterschaft dieses Jahr. Mal schauen. Finde ich aber auch, die beste Sportsimulation, was Leichtathletik angeht, ist auf jeden Fall dieses Spiel. Man kann sich nichts Besseres holen. Dieses ganze Mario und Sonic Quatsch, das finde ich nicht so toll. Deswegen hier PS3 von Sega, muss ich sagen, sehr geil. Macht sehr viel Spaß, sehr motivierend. Kann man sehr viel mitmachen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt noch zwei richtige Klassiker. Mein Platz 2, ich drehe das mal um, sonst sieht man das. Platz 2, Grand Theft Auto V, GTA V. Fand ich, ich habe es nicht durchgespielt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, Schande über mich. Aber ich habe es nicht durchgespielt, weil ich einfach zu viel mit Scheiße bauen beschäftigt war. Ich bin so ein kleines Spielkind. Kann man nochmal auf die Rückseite gucken. Wir haben es uns damals, glaube ich, habe ich es mir relativ früh gekauft. Nach dem Release. Und das ist tatsächlich, ja, noch für die PS3, PS4 habe ich überhaupt gar nicht. Deswegen, ja, hier noch die PS3 Version. Vielleicht bald auf dem PC als Let's Play mit dem Jesus. Habe ich ja schon angekündigt. Vielleicht machen wir das mal irgendwann demnächst. Wenn es rauskommt, mal schauen. Auf jeden Fall sehr zu empfehlendes Spiel. Mein Platz 2, der PS3 Titel. Auf jeden Fall das Open World Fun. So, wir haben mit Rockstar gerade noch Grand Theft Auto V gehabt. Jetzt machen wir mit Rockstar Games weiter. Auf Platz 1. Für mich, Red Dead Redemption ist einfach von der Story her das beste Spiel, was ich je in meinem Leben gespielt habe bis jetzt. Ist ein richtig geiler Titel, muss ich sagen. Also, wenn man das noch nicht gespielt hat, er hat auf jeden Fall Nachholbedarf. Hat eine richtige Kulturlücke. Das ist tatsächlich für mich, also, ich habe es einmal durchgespielt und zweimal nur so rumgespielt. Nur ein bisschen Open World Quatsch gemacht. GTA im Wilden Westen. Und da muss ich sagen, hat man wirklich, also da hat man einen Titel gemacht, der wirklich Weltklasse ist. Es soll ja, man munkelt ja, dass dieses Jahr eine PC-Version rauskommt. Und das würde ich auf jeden Fall let's playen, ja, weil das ist auf jeden Fall für mich das Favorite Game, das ich auf der PS3 besitze. Ist richtig geil. Auch richtig hart. Man spart nicht mit harten Momenten, wo man sich denkt, uff, das hätte man jetzt nicht so genau zeigen müssen. Aber das macht man halt, macht das Spiel auch aus. Ich kann mal kurz hier, das können wir mal ein bisschen ausführlicher. Man hat hier die Karte vom Spiel, oh Gott, das ist ja ein riesiges Teil. Und hier noch ein Poster. Können wir mal kurz aufmachen und reinschauen. So groß ist die Welt. Das ist tatsächlich die Spielwelt und das ist riesig. Teilweise auch mit geschichtlichen Fakten. 1911 spielt das Ganze sehr interessante Zeit. Muss ich sagen, man lernt ein bisschen Spanisch. Man kann, wenn man Spanisch kann, wo ich das mehr oder weniger Glück habe, Spanisch zu können, kann man da auch ein bisschen was mit anfangen. Fand ich sehr interessant gemacht, alles. Und auch sehr viele geschichtliche Fakten mitverarbeitet. Also nicht einfach nur ein Hau drauf geben, sondern auch mit ein bisschen Story, bisschen Gefühl auch. Alles richtig geil gemacht und die Story. Ist halt einfach Weltklasse, richtig langes Spiel auch. Hat mich motiviert zu spielen, fand ich sehr geil. Wird vielleicht auch bald mal ein Let's Play kommen. So, das war meine Liste, sag ich mal, hier jetzt von kleinen PS3-Spielen, die ich so gefeiert habe. Ähm, andere werden wahrscheinlich sagen, ach, du hast ja eine komplette Kulturlücke, weil ich The Last of Us tatsächlich noch nicht gespielt habe. Aber ich warte noch auf eine PC-Version. Ich weiß gar nicht, ob es eine gibt. Ich glaube nicht. Sonst hätte ich sie, glaube ich, längst. Und dann werde ich das Spiel aber auf jeden Fall auch durchspielen. Aber mir fehlt da einfach noch diese PC-Version eben, die ich gerne auch noch spielen würde. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. So viele Spiele würde ich gerne spielen, aber mit mal aufnehmen ist halt zur Zeit blöd auf PS3. Deswegen, oder überhaupt Playstation. Xbox habe ich überhaupt nicht. Ich bin kein Xbox-Fan. Und, ähm, ja, deswegen, ja, sag ich einfach mal, ähm, dass ich darauf noch warte. Ja, und, ähm, das ist eigentlich jetzt so. Mal mein Setup, was ich so auf der PS3 so am Spielen bin, hin und wieder. Ähm, ja, einfach mal, damit auf diesem Channel auch, ähm, das Gaming nicht ganz verebbt, mal hier wieder ein kleines Video. Ähm, vielleicht, ich denke, ich hau das auf beiden Channeln raus. Und jetzt wird auch in nächster Zeit wieder auf dem, ähm, Hauptchannel hier, ChillerTVDJ, wird auf jeden Fall bald wieder ein bisschen mehr passieren. Ich hab da jetzt ein bisschen Zeit, bin wieder gesund. Und dann kommen auf jeden Fall wieder ein paar frische Videos. Können wir mal schauen. Und wer immer mit Videos versorgt sein möchte, der kann gerne auf dem Gaming-Channel schauen, denn da hatte ich vor zwei Wochen mal so ein richtiges Aufnahme-Feeling, wo ich wirklich, was weiß ich, wie lang aufgenommen habe und da noch Folgen rumliegen habe, tatsächlich sehr viele. Deswegen kommt da auch noch ständig Videos und hier auf dem Hauptchannel nicht. Das liegt einfach daran, dass eben so ein Video-Stau gerade da ist. Muss ich erstmal alles hochladen. Ich muss mich so ein bisschen zügeln, dass ich nicht immer weiter aufnehme, sondern erstmal das alte Zeug alles raushaut. So, ja, das soll auch schon wieder, das soll auch schon wieder das Video gewesen sein für jetzt. Mal schauen, wann ich das raushaue. Ich weiß es gar nicht im Laufe der Woche irgendwann. Heute ist Montag, Rosenmontag auch noch dazu an alle Narren da draußen. Ja, viel Spaß beim Feiern. Ich bleib zu Hause, ich hab keinen Bock auf Fasching. Ich bin ein richtiger Faschingsmuffel. Ähm, ja, das soll es auch gewesen sein, Leute. Ansonsten an alle einen schönen Fasching, nachträglich oder vorträglich. Ich weiß noch gar nicht, wann ich das Hochladen eben deswegen. Ja, schauen wir mal. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hab euch im Auge. Ciao.